Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadows 2 Perfilia. So weiter geht's mit dem Horror-Action... Horror-Action... Rotlicht? Ok... Ja... Hallo? Wieso kann ich dich mal auf den... Boah, ich kann auf den mal wechseln... Äh, ja... Oh, Billard... Hi... Ich würde hier gerne rein... Um... Uh... Boop, 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 ja... The door is locked for a safe reason, please use the following code, 25x3 plus 5, 85. Da war grad was. Da war grad etwas und zwar ein Schatten. Gibt es hier irgendwas? Batterien? Nice, nehme ich mit. Lamp ist fast voll. Was? Ich hab das gehört. Ich habe das gehört. Da ist kein Fahrstuhl. What the fuck? Hier ist kein Fahrstuhl, warum das? Oh wow. Hallo Toter. Okay. 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 Der Fahrstuhl hier ist nicht da. Wow awesome. Ja? Hawf. Machstu! Hallo die Titus! Hä? Wie zum Geier bin ich da reingekommen und Blut Okay So Das kennen wir ja schon, lol der Zettel ist weg, okay Ach ne hier liegt es auch Es wird nicht besser in dem Spiel, eindeutig Die ist zugeschlossen I can't use the drone for search formats I feel dizzy as hell, I can't go past the manifest yourself It should be the job Äh, hier Dote Halt dein Maul So So Wow Nein, ich will die nicht nehmen, nein 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 So 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 raus I won't let you go You're mine You're the amazing pain Ja, nee, lass mich mal in Ruhe Okay, hier muss ich gleich Ich gleich wieder wegrennen Ich hasse das Da muss ich dann mit dem Schlüssel hin Schön Die Zettel kennen wir ja jetzt alle schon Und Geronimo Der hat mich nicht weitergelassen Was soll das Ich bin da nicht weitergekommen Das ist ne scheiße gerade Auf ein neues Blablabla Schlüssel Ich war's Ich war's Okay we Da war es aber ganz anders. Okay, ich muss mich jetzt ganz kurz schlau lesen. Ich muss irgendeinen Stuhl, Sessel oder sowas bewegen, dann... Das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Ich frage mich nur, wie ich das bewege. Und zackig. Und raus. Wir sind raus aus diesem... Was auch immer das war. Darauf erst mal einen Schluck. La Macchiado. Wir sind entkommen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und in der nächsten Folge spielen wir den Michael. Bis dann, wer hat den Spatt? Genieß den Tag und bye bye. Bis dann, wer hat den Spatt? Bis dann, wer hat den Spatt? Bis dann, wer hat den Spatt? Ein Spatt?